Bill Kaulitz hat sich mega verändert. Wir haben die Pics. In 44 Sekunden seht ihr seine unglaubliche Veränderung. So haben wir ihn 2005 kennengelernt. Im Video zur Durchdemonsur zeigte er sich damals mit Igel-Frisur und ziemlich schrägem Pony. 2006. Der Erfolg wurde größer, die Mähne voluminöser. Zum längeren Pony kamen auch gleich ein paar silberne Strähnchen hinzu. Abgefahren. 2008 war der Löwe los. Seine Mähne war fast schon größer als sein Kopf. Ein echter Hingucker. Bye-bye volles Haar, hello Kurzhaarschnitt. 2010 traute sich Bill und überzeugte auch Karl Lagerfeld von seinem special Look. 2013. Endlich wieder im TV. Von der langen, blonden Mähne zur ergrauten Friese. Gemeinsam mit Bruder Tom machte er die DSDS-Jury unsicher. Ihr wollt noch mehr Videos über Tokio Hotel? Dann schreibt's in die Kommentare. Abonniert jetzt unseren Channel, um noch mehr Faktenvideos zu sehen.